Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Erster Tee, wie immer und die Einlage. Du musst das flott machen, wenn ich so Nägel mache, Fuß, oder hier, wenn so ein Eingewachsener Fußnagel, da kannst ich lang wachten. Dass bei Ihnen vieles flott gemacht wurde, habe ich schon bemerkt, die man an jedem Klamottengeschmack sieht. Hör mal, pass mal auf, Butler, das ist hier ja auch schick. Schick, Paffel, und du bist der Butler, du kannst hier nicht, also noch nicht mal ich durfte eben. Ich bin nicht mehr der Butler, ich kriege kein Gehalt, also bin ich privat hier und werde meinen Lohn abwohnen. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mir meine Schuhe und meine Sachen selbst in Ordnung halte. Sie werden doch nicht glauben, dass ich Ihnen weiterhin ohne Bezahlung in den Arsch krieche. Sie haben doch nicht mal mehr Geld auf der hohen Kante, wovon wollen Sie mich bezahlen? Und Sie machen hier ein auf dicke Hose. Du kannst doch mit dem vielleicht, das kann man ja auch in Naturalien. Wolltest du jetzt schon mit den Naturalien anfangen, dann gehe ich schon mal kurz raus. Nein, überhaupt nicht. Ich gehe kurz im Schlafzimmer nach dem rechten Sehen und überlasse euch beide eurem Schicksal und ich wünsche mir, dass ihr euch beide etwas überlegt, wie wir aus dieser Misere hier herauskommen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich überlegen, wie Sie mich bezahlen können. Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Es klopft. Ja, hört mal auf, ich bin der Butler. Pawel. Pawel. Guten Abend. Guten Abend. Paul Hingsen ist mein Name. Paul. Hallo. Guten Abend. Ich heiße auch Paul, nur auf Polnisch. Melanie, ich bin ja die Frau des Hauses, kann man sagen. Die andere war ja weg und jetzt bin ich... Hast du Kohle? Ja, also Kohle ist... Ich habe Frau von Hagen im Sanatorium kennengelernt, wo ich mich habe behandeln lassen. Was hat sie denn? Ich habe eine leicht gespaltene... Oh! Ey, das ist ja geil! Mensch, dass du hier bist! Mein Schatz! Lass dich ein wenig herumführen in unserem bescheidenen Haus! Boah, die Hütte ist ja riesig, Hämmer! Alles meins, denn ich werde die Holding erben. Das ist ja geil! So, also, wie ist das jetzt? Hat der Geld denn? Hat der Geld? Das ist nicht wichtig bei uns beiden, denn wir haben tiefes Gefühl füreinander entdeckt, nicht wahr, Paul? Ja, also das... Ich habe auch Gefühle jetzt, wo ich das sehe. Ich bin ja deine Schwester. Weißt du noch damals, als wir oft im Stall geküsst haben? Ja. Was du mir mal aus Versehen an die Brust gefasst hast? Weißt du es noch? Ja, aber ich möchte es von dir hören. Mützelpützelchen, lass deine schmierigen Pferdefinger hier im Stall von meiner Brust. Auch. Ja, aber ich meine das andere. Pappel, was empfindest du eigentlich für mich? Abscheu und Ekel. Das läuft hier nicht gut für mich. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich habe ja hier bei dem Alten in der Unterwäsche gewühlt, ne? Jemand hupt an der Tür. Ja, machen Sie doch auf, Pavel in Gottes Namen. Es ist doch Ihr Job. Hat es gehupt? Kümmer mich, ich habe hier einen Hupen gehört. So, pass mal auf! Wissen Sie, dass ich eigentlich als ein Butler völlig unterschätzt bin? Nein. Dass meine eigentliche Bestimmung eine ganz andere ist, ich aber kein Kapital daraus schlagen möchte. Nun, aber da Sie mich nicht bezahlen, werde ich Ihnen eine kurze Demonstration geben. Ich bin nämlich ein anerkanntes Medium. Wissen Sie, Tote können durch mich sprechen. Ich rufe den Geist von Tancred von Hagen. Du warst schon mal verheiratet? Na, kurz, kurz, kurz. Oh, no! Pssst! Pssst! Wir telefonieren gerade mit Tancred. Aber so ein Spiritus-Kram, gut. Tancred! Tancred! Ich frage dich, wie geht es dir im Jenseits? Was macht... Gut! Alles ist wunderschön! Besser als bei uns? Tausendmal besser. Hast du mich lieb? Wer bist du überhaupt, du Schlampe? Melanie! Na, siehste, wir haben doch zweimal, du weißt schon! Applaus Aber, äh... Melanie, ruf mich später nochmal an, wenn meine Ex-Frau nicht dabei ist. Aber, äh... Ich habe euch etwas mitzuteilen. Was denn, Tancred? Ich habe noch einen großen Bargeldbetrag im Hause versteckt. Ich habe noch einen großen Bargeldbetrag im Jenseits-Kram, aber, äh, das war's schon wieder von Freischnauze-XXL. Ich habe noch einen großen Bargeldbetrag im Jenseits-Kram, aber... Ich habe noch einen großen Bargeldbetrag im Jenseits-Kram. Ich habe noch einen großen Bargeldbetrag im Jenseits-Kram. Bis zum nächsten Mal.